Blast muss man sagen, Flash schon mal raus, damit aber auch die Rakan Ultimate und jetzt der Re-Engage Pride geht rein, Practice, da kommt nochmal das Exhaust hinterher, Boss ist isoliert und was willst du denn da jetzt machen? Da kommt die Jin-Ultimate, man will nochmal Re-Engage Pride, schon verdammt low bekommen, aber den Stunt der TP jetzt in die Flanke und da will die Eintracht vielleicht zu viel, Maus-Bots im Comeback, Linzers bekommt hier Kinetic Normans nochmal hinten mit dabei, will da aufräumen, schafft das auch und jetzt Linzers dran und das war zu viel des guten, plötzlich Triple-Kill-Linzers und Maus-Bots ist wieder da, das Ace in der 17. Minute und der Cam-Take-Drake oben auch. 5 zu 0 Ace.